Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Pressemitteilung der Firma Moderna vom Montag vor. Es geht um den Booster mit Messern der RNA-1273, dem Impfstoff der Firma Moderna, der nach vier Wochen zu einem deutschen Anstieg von neutralisierenden Antikörpern gegen Omikron führt. Eine dritte Dosis des Impfstoffes Messern der RNA-1273 in der derzeitigen Booster-Dosis von 50 Mikrogramm hat den Labortest nach vier Wochen den Titel von neutralisierenden Antikörpern gegen Omikron um das 37-fache gesteigert. Bei einer doppelten Booster-Dosis wurde sogar ein Anstieg um den Faktor 83 erreicht. Die höhere Dosis hat sich laut dem Hersteller in einer Phase 2-3-Studie als sicher erwiesen. Das US National Institute of Allergy and Infectious Disease, NIAID, hat in den letzten Tagen Labortests zur möglichen Schutzwirkung des Moderna-Impfstoffs Messenger RNA-1273 gegen die neue Variante Omikron von SARS-CoV-2 durchgeführt. In zwei Laboren wurde untersucht, ob die Serien von Geimpften die Omikron-artige Laborviren von der Infektion von Zellen abhalten können. Dies war nach den in der letzten Woche präpublizierten Daten einer normalen Impfserie mit zwei Dosierungen nur sehr begrenzt der Fall. Die neutralisierende Wirkung gegen Omikron fiel in den beiden Labors 49-fach bzw. 84-fach schwächer aus als gegen die Variante D614G, die dem Wildtyp von SARS-CoV-2 weitgehend gleicht. Zwei Wochen nach dem Booster mit einer dritten Dosis mRNA-1273 hatte sich die Situation gebessert. Die neutralisierende Wirkung gegen Omikron fiel jetzt nur noch 6,5-fach und 4,2-fach schwächer aus als gegen D614G. Jetzt weiß der Hersteller in einer Pressemitteilung auf Tests hin, die in den beiden Laboren mit den Serien von jeweils 20 Probanden durchgeführt wurden, deren Boosterung bereits vier Wochen zurücklag. Die Auffrischungen mit mRNA-1273 waren mit zwei unterschiedlichen Dosierungen durchgeführt worden, einmal in der niedrigeren Dosis von 50 Mykogramm, die derzeit auch bei den Boosterungen allgemein verwendet wird. Andere Probanden hatten eine Dosis von 100 Mykogramm erhalten, wie sie für die ersten beiden Dosierungen verwendet wird. Im Vergleich zum Tag der Boosterung war es in beiden Gruppen nach vier Wochen zu einem deutlichen Anstieg der neutralisierenden Antikörperkonzentration gekommen. Unter der normalen Booster-Dosis von 50 Mykogramm stieg der GMT Geometric Mean Titer auf 850. Er war damit nach Angaben des Herstellers ungefähr 37 Mal höher als vor der Auffrischung. Der Booster mit der 100 Mykogramm Dosis erhöhte die Geometric Mean Titer auf 2228, was ungefähr 83 Mal höher ist als vor der Auffrischung. Die multivalenten Kandidaten steigerten die Konzentrationen von Omikron-spezifischen neutralisierenden Antikörpern auf ähnlich hohe Werte, sowohl bei den 50 Mykogramm als auch bei den 100 Mykogramm Werten. Die Ergebnisse dieser Studie sind noch nicht publiziert, auch nicht als Preprint. Die Sicherheit und Verträglichkeit der höheren Booster-Dosis ist Gegenstand einer Phase 2-3-Studie mit 305 Teilnehmern. Nach Angaben des Herstellers wurde die höhere Dosis im Allgemeinen gut vertragen, die Häufigkeit von Nebenwirkungen sei jedoch tendenziell höher. Auch wenn die Aussagekraft von Laborexperimenten begrenzt ist, scheint eine rechtzeitige Boosterung einen gewissen Schutz vor einer Ansteckung mit Omikron oder zumindest schweren Erkrankungen zu bieten. Ein besserer Schutz könnte von neuen Impfstoffen ausgehen, die an Omikron oder andere Varianten angepasst sind. Bei mRNA-Impfstoffen ist dies innerhalb kurzer Zeit möglich. Moderna hat nach eigener Angabe bereits eine Omikron-spezifische Variante des Impfstoffs mRNA-1273.529 entwickelt, die ab Anfang 2022 in klinischen Studien getestet werden soll. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der Homepage der Firma Moderna und der Pressemitteilung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017